Hm, ich mach den Kopf ab hier. Wo sind der Mann und der Junge? Jemand will mit euch reden. Wer meine Worte nicht befolgt, muss sterben. Moment. Worum geht es? Ihr könnt nicht einfach herkommen und mich bedrohen. Meine Frau schickt euch, nicht wahr? Meine Frau ist so entschlossen, aus unserem Sohn einen Sith zu machen, dass sich jemanden schickt, um mich einzuschüchtern? Ich war einst Akolyt an der Akademie auf Korriban. In der Sith-Akademie gibt es kein Scheitern. Wer es nicht schafft, der stirbt. Ich war klug und floh, bevor sie mich ausscheideten. Und eher sterbe ich, als zuzusehen, wie mein Sohn von diesen Sith-Hunden lebendig verspeist wird. Lasst mich mit meinem Sohn fliehen. Sagt meiner Frau, dass ihr mich überredet habt, eine Fähre nach Korriban zu nehmen. Sie wird keinen Verdacht schöpfen. Nein. Nein. Euer Sohn geht nach Korriban und daran könnt ihr nichts ändern. 100. Alter. Verdammt. Ihr... Papa! Und das soll ein Sith sein? Ja. Der konnte... Der hat das ja immer geschehen. Ja. Die werden immer schlechter, die Sith. Ja. Eines Tages wirst du mir dafür danken. Ich... Ich gehe jetzt nach Hause. Das war... Ach egal. Nicht meine Angelegenheit. Oh. Wann spricht er leise? Vielleicht liegt er auch im Ton, dass wir ihn so leise geschehen haben. Falls du mal den Vergleich gezogen hättest. Zwischen uns und dem Ding haben wir mindestens fünfmal lauter gesprochen. Ja. Warte. Das muss doch irgendwie gehen. Na jetzt haben wir das schöne. An Zeit gewonnen, den wir endlich ausgenutzt haben. Wir müssen jetzt gehen. Mies erwischt. Haha. Da ist aber die Kütze gelaufen. Ey, der eine hat eine Krülle. Ja. Ja. Das ist ein Ausrüstung. Er hat eine Ausrüstung geklappt. Ey, was war das? Das war eine Waffe. Das war eine Waffe? Oh. Du hattest hier genau recht. Ja klar ist das überhaupt. Aber ist es stärker als das andere? Nein. Nein. Im Gesamt nicht. Zwei Schuss. Zwei Treffer. Ja, so sind Scharfschützen. Ist so. Ja. Noch nicht mal Schaden anleihen wir hier. Wir sind zu gut. Ähm. Ja. So. Wir werden nach diesem Let's Play wahrscheinlich noch ein, zwei andere Aufnahmen machen mit vielleicht Ratchet & Clank. Falls das wäre von der Fall. Ja. Das ist das beste Spiel überhaupt. Das muss einfach jeder kennen. Ganz genau. Ich weiß nicht, was mit meinem Mann geschehen ist und es ist mir auch egal. Bald wird Siam in einer Fähre nach Korriban sitzen. Ihr tatet, was notwendig war. Credits. Jetzt. Ah, wegen dem Knarren da eben. Das war die Tür. Die ist gerade wieder aufgegangen. Ja. Hoffen wir, dass es nicht einmal passiert. Zeit für die Auszahlung. Ja. Hier ist eure Belohnung. Wie versprochen. Siam mag mich dafür hassen, dass sein Vater tot ist. Aber wie ich höre, bringen Hass und Trauer gute Sith hervor. Ja. Ist so. Ganz genau. Wow. Dunkel. Minus 150 sind wir schon. Uh, wir sind böse. So, nächste Quest. Könnten wir uns jetzt aussuchen zwischen Nemrus und Last wieder oder dahinten irgendwo hinlatschen? Lass mal dahinten irgendwo hinlatschen. Ah nee, wir müssen für die Story gleich auch noch wieder dahin. Dann lassen wir uns. Also, die was werden? Die hat nen Tauntaun Bock. Ich will auch nen Tauntaun Bock. Ich will auch nen Tauntaun Bock. Ich kriege später aber schon den auch noch im Haus hier, weil ich den Charakter hier transferiert habe vorher. Es gab ja das Update 1.3 und dann wurde hier Charaktertransfers eingefügt. Und ich habe jetzt den Charakter transferiert und dann müsste ich irgendwann so einen komischen Spezial rum haben. Oder wie das denn auch hieß. Okay. Müsste ich dann irgendwann bekommen, ein ferner Zukunft. Irgendwie am nächsten Monat müsste das sein. Oh, es war gleich schon 3 Uhr. Ach echt? Ja. Das ist schön. Ja. Eine Stunde ungefähr auf, ne? Eine Stunde? Ach. Oh mein Gott. Das ist ja echt lange und wir sind schon Level 3. Ja, ist das schön. Okay. Und bald sind wir wieder Level auf. Mal sind wir Level 4, ne? Unglaublich! Du kannst rechnen! Warum die Eileklinge? Warum die Eileklinge? Erinnert ihr euch nicht an mich? Euer alter Freund, Deno Ray? Ihr habt euch ganz schön gemausert seit wir uns auf Hoth gesehen haben. Diese Nase und die Haut. Aber ihr müsst es sagen. Ihr kennt euren Freund Deno. Ich kenne euch nicht. Oder? Geht mir aus dem Weg. Ich mache jetzt mit Nemro Geschäfte. Ja, ich habe viel darüber gehört, dass die rote Klinge auf Hutter ist. Und deswegen habe ich ein Problem. Wisst ihr, ihr seht nicht wie die Klinge aus, die ich kenne. Die Klinge, die mir Credits schuldet. Aber ihr sagt, ihr wärt die Klinge. Also nehme ich euch beim Wort und bitte um mein Geld. Ihr versteht? Abschaum. Ich verstehe genau. Ihr seid eine Ratte, die sterben muss. Ach ja? Mal sehen, was ihr so drauf habt. Klinge! Er kommt. So einfach geht das. Wir sehen uns doch mal schnell ein paar Akten durch. Wie kann man sich dabei erholen? Ich finde es immer noch websenhaft. Ja. Vor allen Dingen, das Spiel fliegt da voll raus. Ja. Ding, ding. Oh, vorbei. Klinge kommt rüber. Schön zu sehen, dass euch der Palast gefällt. Hört zu. In fünf Minuten muss ich mich mit ein paar durchgeknallten Fremdlingen treffen. Und ich wollte euch etwas fragen. Ihr seid doch schon weit rum gekommen. Wie ist es mit dem Imperium Geschäfte zu machen? Gut. Ziemlich gut. Ziemlich gut. Ziemlich gut. Ich kann nicht klagen. Und die Regierung hat mir kaum Probleme bereitet. Es gibt kaum noch echte Unabhängige. Ich beneide euch darum. Aber ihr gehört zu einer aussterbenden Rasse. Die Hutten haben die Kontrolle über die Banken. Und ich denke schon sehr bald werden die Republik und das Imperium die Kontrolle über die Hutten haben wollen. Selbst wenn Nemro das nicht glauben will. Sollten wir uns für eine Seite entscheiden müssen, will ich mich für den Sieger entscheiden. Und ich denke nicht, dass das Imperium verliert. Apias mögt oder nicht, aber das Imperium scheint die Zukunft zu sein. Das hoffe ich. Und nicht nur aus geschäftlichen Gründen. Meine Söhne sind freie Händler. Sie arbeiten zur Zeit im Solus-System. Es ist das erste Mal, dass sie mit dem Imperium zu tun haben. Und ich mache mir Sorgen. Vielleicht sollte ich das nicht. Aber ihr wolltet etwas von mir. Was kann ich für euch tun, Klinge? Ist mir gerade nur mir das aufgefallen? Oder hat der in den Augen so komische Junkern wie eine Frau? Ja. Ist mir auch aufgefallen. Lasst uns zusammenarbeiten. Nemro ist kein Tänz von euch. Es geht um Geld. Lasst uns zusammenarbeiten. Ihr kennt Hutter ziemlich gut, aber euch fehlen meine Fähigkeiten. Ich dachte wir könnten uns für ein Geschäft zusammentun. Im Ernst? Normalerweise käme das nicht in Frage. Aber gerade könnte ich tatsächlich jemanden gebrauchen, der im Alleingang Resultate erzielt. Nemro brodelt in seinem Schleim, seit er eine Erzlieferung im Evoki-Gebiet verloren hat. Aus irgendeinem Grund gibt er mir dafür die Schuld. Die Evoki sind die Eingeborenen von Hutter. Sie waren schon hier bevor das Kartell ankam und sie würden uns am liebsten tot sehen. Wenn ihr mir die Lieferung bringt, werde ich euch gut bezahlen. Könnt ihr mir eine bezahlen, denn? Über wie viel Geld sprechen wir hier? Mehr als genug. Ich verhandle nicht. Außerhalb von Jiguna gibt es ein Arbeitslager. Nemro hat es für ein paar Evoki errichtet, die Frieden wollten. Schlechtes Geschäft. Arme Nasen. Ihr Anführer dort, Odev, sollte die anderen Evoki-Stämme davon überzeugen, das Erz zurückzugeben. Aber er hat es nicht geschafft. Irgendwas weiß er aber. Und jetzt entschuldigt mich. Ich habe noch andere Termine. Aber ich bin gespannt, ob die rote Klinge ihrem Ruf gerecht werden kann. So, dann wollen wir doch mal los. Genau. Und dann sind wir vielleicht auch an dem Punkt eingelangt, wo wir das jetzt aufgehört haben. Ja, um nochmal auf Ratsch ein Klink zurückzukommen. Ich meine, das ist ja ein richtig geiles Spiel, ne? Ja. Also, so. Best game ever. Ja. Wer das nicht kennt, es geht um ein Lombax. Das ist ein wesentliches Weltraum. Eine komische Spezies, die ein wenig fällig ist. Fällig. Ja, fällig. Weil man findet da überall bei Google-Bilder Haufenweise-Bilder. Wer es nicht kennt, einfach mal googlen. Fande für euch. Ich weiß gar nicht, gibt es das eigentlich auch für Xbox? Ich meine, ich habe das für die PS3. Ich habe auch für die PS3. Ach, wo PS3. Was ist jetzt besser? PS3 oder Xbox? Also, meine persönliche Meinung ist ja immer noch PS3, weil wegen, ähm, hier bitte Grundeinfügen. Ich weiß doch nicht. Na, ich bin eigentlich da. Ich betreibe ich meine Kumpel von mir hat. Ich habe eine Xbox. Ich spiele da mit Xbox. Ich spiele, ich habe zu Hause eine PS3. Also, wobei ich finde, PS3 ist wirklich ein wenig besser. Meiner Meinung nach. Haben sie von der Grafikqualität ist es auf jeden Fall die PS3 besser? Das kann man so einfach sagen. Wobei, jedes Spiel ja auch eben, Stars für sich hat. Also, jede Konsole hat, ähm, Spiele für sich. Ja. Obwohl es auch ein paar Gmeißen und Spiele gibt. Ja. Das weiß ich. So, wir müssen wir damit sein. Da hinten in so eine komische Stadt, ne? Wir müssen ja auch noch killen, weil dann kriegen wir einen Codex-Eintrag. Was weiß ich? Ein Heckenschuss. Und, Tobi. Bin ich nicht gut. Komm, wir können auch noch killen. Und so ein Spumor. Der Bruder. Der Bruder. Der Bruder. Ey, Stufe 4. Yay! Sind die vollkommen falsch, können das denn sein? Nein! Richtige Richtung. Ey, mal geradeaus. Und, jetzt links so. Da, rechtschuppen. Und, da, rechtschuppen. Auch mal nett. Was? Heilschuppen haben wir erhalten. ein Lecker ich habe auch geben was ich würde ich würde ja keine Tieren auf trotzdem würde ich tun wird auch jeden Tier die Schuppen vom Hals schneiden ja klar er und mit ihm das ist Hartzweig das wenn wir nicht machen das haben wir um den Gruppen zu tun also Herr Wollig wenn wir nicht machen weil wir die ja nicht rumstehen wollen und ein Scherzschrank wollen und das die Logo-Bug für Halschwein die Sonderlieferung das ist jetzt ein Fest von der Republik das weiß ich auswendig komm soll ich das mal posten wenn ich einfach mal so ein gleich renn alle zu dir und bring dich um ja komm mach ich mal wie ich hörte macht ihr Schnitte das Leben schwer und ihr respektiert Nemros Autorität nicht was wer sei oh hör zu es tut mir leid wirklich leid die Jungs und ich wollten doch nur ein bisschen Spaß haben wir wussten ja nicht ihr bringt mich doch nicht um oder wenn ich noch einmal hier raus muss wird es das letzte Mal gewesen sein dazu wird es keinen Grund geben Boss das verspreche ich wir lassen Schnitte ab jetzt in Ruhe wir lachen nicht mal mehr über seinen Namen Ehrenwort solltet ihr oh 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 hier ist mal Agent A.H.D.O. ja genau ja Titel ja der komische alte Mann das war glaube ich ein die hat so eine komische Stimme ich glaube das war ein H2 Quest ja kann sein pass auf wisst ihr das wir jetzt einfach mal machen noch da ich mir ganz sicher bin dass das ein H2 Quest war das wird doch man wird das mal was ist die Stelle natürlich wird auch jo der H2 Quest und dann gehen wir schön wieder auf ich war mir doch sicher ja